Ey, Jonas, du musst unbedingt dann auf Heilung skillen, ne? Was? Sonst werden wir in dem Spiel nicht alt, glaube. Okay, hier lang. Ich werde hier sowieso mal alt. Ich glaube, ich hier Dings auf Damage. Okay, auf Damage, sehr gut. Du kannst ja irgendwie... Also, schön den Feuer Magier skillen. Ich glaube, du kannst beides machen. Du hast nämlich zwei Skilltrees irgendwie, oder so. Hat doch jeder. Ja, ich weiß, nee, ich meine ja nur. Tut mir leid. Tut mir leid. Ist das eigentlich so ein Weg, oder ist das irgendwie... Scheiße. Das ist hier dann ein... Ach, nee, egal. Es sollte ein Weg darstellen, der noch etwas verkommen ist. Vor allem... Hm, na egal. Rechts von uns setzt die Stadt. Da... Ja, der andere... Alter, es kommt da an. Ja, das ist gut, doch. T, R, D, R, R, C, D. Oh, ein kleiner Hund, ein kleiner Golly. Oh. Komm, dir irgendwas mitnehmen, gibt's irgendwas gratis? Ich will gratis. Geiziger Feld. Ein Schaf. Nicht noch. Ich will in das Haus räumen. Ja, er sammelt immer hier die roten Herzpflanzen ein, gell? Ja, ich weiß auch nicht, wo ich so eine Wasserflasche herbekomme. Die kann man kaufen. Also, du kannst diese Glasflaschen im Shop kaufen. Komm, hier. Äh, musst du zum Fluss gehen, kannst die mit Wasser füllen, dann kannst du da rausdringst. Alter, was ist denn das für eine geile Trolltür? Da ist ein Baum direkt davor gewachsen. Ja. Okay. Hier, innen. Hier ist ein... Hier ist gut. Hier können wir was saufen. Ich bin übrigens in das Haus gegangen, ne? Du kannst resten in our in between six o'clock in the evening and six o'clock in the morning. Und da kann man Tag machen. Alter, ich sehe in dem Haus einfach mal über... Ja, du kannst zoomen. Du kannst zoomen. Ja, mit dem Mausrad. Also kannst rein und rauszoomen, indem du Mausrad betätest. Der ist nothing special. Oh, hier ist ne Truhe. Ist hier irgendwo betten? Und da nichts drin ist. Ja, hier im Insel betten. Meiner jungen Paderwane folgt mir mal eben. Äh, wo seid ihr denn? Ja, guck auf die Karte. Ich bin der, der ganz oben ist. Ich bin beschissen, dass die beiden Klassen genommen haben, weil jetzt kann ich euch nicht unterscheiden. Na, doch. Ja, na mal, der ist ja so wind... Ja, gut, haben wir so hoch. Du stinkst nach Magi und... Jonas stinkt nach Magi, das ist jetzt auch nicht... ...so schlimm. Äh, schwierig, äh, leicht. Alter. Hier ist ein Gnobold, der hat uns vorhin angerufen. Du sahst wie ein Adventurer. Ich war kein Adventurer wie du. Aber dann habe ich einen Error in den Einen. Genau. Leo, wo ist denn das Blöde in... Ähm, wo bist denn du? Da bist du, komm mal mit. Oh, das ist jetzt... Ja, das war hier unten. Heya, bin da. Heya, bin da, heya, bin da. So, ähm, ja. Hierzu? Was geht ab, Leute? Ich glaube, wenn du nach oben gehst, die Treppe da, da, dann, da sind bestimmt Betten. Was geht ab, no? Äh? Äh? Ich will eigentlich nur Bier trinken, ich sehe nichts. Du verträgst euer Anst. Na, du auch nicht. Halt die, doch. Ich bin gerade zu blöd in die Chest-Türrenzel-Locken, wenn du weißt, wie mir so am Blick ist. Oh, sleep. Sleep. Oh, ja. Oh. Ich spüre es bei der Macht von Grayskull. Na, woher ist es mit der Macht von Grayskull? Äh. Call of Duty. Genau. Äh, richtig. Ähm. Ich habe immer Drohnen bei mir rumstehen, wo nichts drin ist. Lol, ich bin tot. Wieso? Nö, wir waren scherz. Ähm. So, kommt ihr jetzt mal rum, sind die eigentlich zwei ins nebeneinander, kann man das mal erklären. Wieso, leg dich doch irgendwann ins Bett, was willst du mir denn, wieso soll ich denn kommen? Ich habe mich doch schon längst ins Bett gelegt. Ja, dann komm du doch. Alter, Paul. Was willst du mir, Yoda? Okay, wir laufen. Schweinchen! Hier, hinter dir. Das hat voll die Ruppenpausbäckchen. Man darf es nicht slain. Ich will, das greift dich dann an und mach dich übelst du fertig. Ja. Jonas, komm. Du bist unser legender Mitstreiter. Ja, leg ich eigentlich auch bei euch. Zeig mal. Nö, es geht. Ich bin jetzt nicht auf so einen billigen Hamachi-Server, wo es da und leckt. Jonas kann wahrscheinlich nur auf so einen Servern spielen. Ey, ihr lauft in die falsche Richtung, aber ist egal. Ja, ich will mir gerade noch ein paar Ananas hier. Ananas? Die sind doch ein Kürz, oder nicht? Ohne, Ananas. Ohne, Ananas. Ohne, Ananas. Ich will an der Inn, Alter. Das ist wohl die Säuferstadt hier. Ohne, Ananas. Ohne, Ananas. Bei mir nicht. What the fuck? Bei mir sind die beiden noch da. Hast du das gesagt? Jetzt so. Warte mir nicht, das selber ist schon wieder... Ja, aber ich bin jetzt gleich wieder drauf. Alter, was ist denn das ganz echter? Da kann man ja lieber über meinen Hamachi... Also, ich kann auch umlaufen. Jetzt so. Und die Viecher da laufen auch um, also eigentlich müsste das selber ja... Please wait. Please wait, please wait, please wait. So, ich bin... Hä, ich bin so englisch da. So, ich komme jetzt auch wieder rein. Wie ich so gerade auf die Map gucke, kein mehr sehe. Hä, wann ist denn jetzt los? Was ist los? Was ist los? Was ist die? Ist ja auch gar nichts. Ich verstehe dich. Hä, jetzt bin ich alleine auf dem Server, oder was? Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ich glaube, die Nitado... Und zum Beispiel bin ganz woanders gespawnt. Die Nitado-Server scheint noch nicht so ausgereift zu sein. Wollen wir dann kurz Aufnahmen unterbrechen und auf Hamachi weitermachen? Warte mal. Nö, ich warte nicht. Geh nochmal runter und nochmal rauf. Haben wir da eben gemacht? Jonas, komm nochmal. Please wait. Ja, das steht bei mir auch gerade. So, start game. Bapt schenken, jetzt zur Serie, ich bin zumindest allein nicht hier. Dem, 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 dem. Jawohl. Please wait, but... Please wait, please wait, please. Ah, jetzt habe ich 2,0, siehst du. Lauf. Erstmal in Form. Ich höre ich auf. Ich habe Angst. Erstmal in Formlust. Ja, es leckt nicht mehr, Leute. Ja, wir sind nur rausgeflogen wegen dir, schäm dich. Sind jetzt wieder da, wo wir vorn waren, ja, ne? Nö, in etwa. Aber warum ist jetzt hier so viel Nebel auf einmal? Das ist immer so, wenn man spawnt. Falls es hier noch nicht aufgefallen ist. Ich hab meine Sichtweite, glaub ich, auf 90. Ich hab das auf Maximum. Aber die Typen stehen da auf dem Baum drauf. Aber ich glaub, der kauft... Wizards, Wizards! Äh, wo, wo, wo? Hinter euch! Nicht angreifen! Was so viele es sind? Wir sind noch laut. Ja, die sind nur blau und haben Paul grad umgebracht, aber egal. Oh, ja, okay. Vielleicht sollten wir die wirklich nicht angreifen. Alter, weißt du, ihr seid auch so eine Schützer. Nie angreifen. Naja, ich hab die angegriffen, die hab mich auch direkt platt gemacht. Jetzt kommt noch so ein scheiß Gegner. Er sagt so, oh, da sind Wizards. Ich dachte, weißt du, er ist schon mitten im Combat. Auf einmal, ich renn auf die Zug. Nicht angreifen! Oh, na, jetzt hab ich so wieder mit dem Hitler-Marsch. Ich hab dir ja schon Erfahrung gemacht. Äh, Paul, ich bring dich hier mal was mit, gell? Woh! Erhängt er da nicht wieder hin. Oh, du hast auch so ein Eichhörnchen, ne? Lauf! Oha, die macht, Alter. Angry Eichhörnchen, Hilfe! Paul, du wirst gleich vom Eichhörnchen verdrescht. Nee, du hast auch stehen geblieben. Leute, die rennen hier alle hinterher. Wie geil das Eichhörnchen ist. Ganz nach mir dranbleibt, stehen und guckt dich an. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, sind wir hier im Zoo oder was? Alter. Wild gewordene Zoo oder was die? Wild gewordene Zwiebeln greifen mich an. Ah, die töten mich. Okay, ist auch mein Gott. Hilfe, irgendwas ist hinter mir her. Jonas ist tot. Alter, hinter mir sind fünf vier. Ah, nur fünf Uhr. Nee, fall mal zwei, vier, 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 sieben. Ich glaub, ich bin tot. Ja, glaub ich auch. Sind die alle hinter mir her? Waaah! Jonas, hier lang. Wo willst du hin? Ja, jetzt schuldig. Leo dachte ich. Nee, komm. Ja, lass Leo allein. Hey, nein. Ich werde dir von den ganzen Wichern, die ich angelockt habe, jetzt verfolgt. Hier müssen wir jetzt... Alter, der kommt zu uns. Lauf um dein Leben. Der soll nicht zu uns kommen. Ich will nicht diese Viecher in der Back haben. Lauf bloß, Jonas. Rennne. Hilfe. Er steilt uns den Weg ab. Er hat voll die Kameradenschweine. Nein. Das ist das, was hinter uns noch. Da oben rennt, da dreh dich schon mal um, Jonas. Hilfe. Geh mal nur die Maus, wir dann rennen. Loll, Jonas, geh nach links. Das sind aber weniger Viecher. Bären? Fuck. Jetzt... Oh, Alter, dick. Jetzt habe ich... Oha, ähm... Ja, Paul. Nee, mit denen lege ich mich dann nicht ganz so schön. Ich würde einfach machen. Drei Bären, wie geil ist das denn? Wie wäre es, wenn du dir denn hier mal ein bisschen... Nö, ich denke doch nicht, ich bin One-Hit. Du kannst schön selber denken. Wie geil das aussieht. Wie geil das aussieht. Alter, jetzt kommt der mit seinen schwulen Bären hinterher, Mann. Das sind Bullen. Na, sag ich ja, Bär. Bärenbulle. Hättest du das nicht grisselies? Anni, Skullbulle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind Zelte. Ey, Jonas, wenn er sich hinlegt, rennt er an ihm vorbei. Vielleicht zieht er dann die Agro. Alter, wie wir voll weit irgendwie schon wieder... Wir sind voll falsch gelaufen. Oh, jetzt ist jetzt schon wieder was. Ich laufe nur Paul hinterher. Ja, während ich am wegrennen war, habe ich mich minimal verlaufen. Aber ist jetzt egal. Alpaka. Endlich mal Fächer, die wir auch wieder besiegen könnten. Hat irgendeiner noch irgendwas hinter sich? Ich nicht. Nee, ist alles Zwererkäse. Das ist ein Elf, aber der ist freundlich. Okay, dann können wir jetzt mal hier pennen. Oh, das Alpaka ist aber süß. Komm, ich töte Busch. Ich habe Busch getötet. Ich würde sagen, mit den Items helft man sich immer gegenseitig aus, oder? Ich schlafe mal kurz, könnt ihr mal warten. Äh, nein. Also wir können ja, aber wir wollen... Oh, doch. Wir wollen doch nicht. Wollen wir, was ist denn das da? Wollen wir, siehst du das da? Ja, ist ein Wolf. Was ist denn da denn für ein Ohrenviecher da? Ey, denkst du, wir schaffen die Mole? Ich bin der Freund. Vielleicht, ich äh... Trigger nicht mehr. Alter, der war fail. Der ist sogar freundlich, oder? Nee, doch nicht. Ja, jetzt ist er tot. Stimmt auch gar nicht. Er lebt ja noch. Ja, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Komm, den anderen können wir auch noch. Kommt ihr? Ja, ich, ich hör drauf. Ja, dann hör' ich nicht. Gib dem. Wenn ihr mal wegrennt, kann ich nicht. Ja, ich muss aber wegrennen. Gib dem mehr. Okay, dann muss... Aua. Macht der für komische Geräusche. Äh, äh. Da muss ich möglichst den First-Head landen und dann knallt ihr mal drauf, okay? Weil sonst treff ich die wirklich nie. Da ist ja auch ein Lahm-Art. Da ist ein Wolf. Wölfe sind nicht so gut. Hier, wer braucht den Turcotten? Der soll sich bedienen. Ich glaub, der Ranger baut Cotton. Ja, glaub ich mir nicht auch. Aber der Woke, eins von beiden. Oh, da hinten, komm. Gleich müssen wir rennen. Wieso? Da hinten sind Magier. Rechts. Ja, dann laufen wir da nicht hin. Ja, ich lauf links. Ich weiß nicht, ob die... Wie nennt man das dann? Die Seiten nicht beherrscht, wenn man die Seiten angeht. Wie viele Experten ja schon. 14. 14. Ja, best 11. Wie frech. Oh, guck mal, ne Kett, wie süß. Das möchtest lehnen. Nein, wir slaynen die Kette nicht. Okay, komm. Wir als Katzenbesitzer. Katzi. Genau. Ihr seid doch beide selber Katzenbesitzer. Ja, deswegen hat er... Weil die ist voll grün, oder? Ja, weil ich die vergiftet habe. Oh, bist der volle Tierquäler, Alter. Ja, Rattengiften, Sassen gemischt. Hier, falls einer diese Herzpflanze da braucht, ich hab davon glaube ich schon... Welcher? Die Frage ist, wann wir den Weg jetzt weiter nehmen? Waren wir eigentlich immer noch unterwegs zur Quest, oder laufen wir nur so fairfält ein? Äh, ich würde gerade zur Quest laufen. Okay. Bloß wir... Zumal das da oben haben wir sogar schon entdeckt, ne? So wie es aussieht, wenn man mal auf die Karte guckt, da wo wir gerade drauf zulaufen, das wurde schon entdeckt, what the fuck. Ich weiß noch nicht, wie wir das geschafft haben. Aber egal. Habt ihr ja nicht vorhin schon drauf gespielt? Nee. Kurz, ne? Hier drauf, aber nicht auf dem Server. Oder? Nee, nicht auf dem Server. Ey, lass mal den da slain. Seht ihr den da rechts? Wartet mal, ich bin auch ein paar Fuß hinter euch. Ja, ich muss eh den First... Den Truckman, okay. Jetzt ballert drauf. Das ist hier für den Ranger. Cool. Mal ausrüsten. Jetzt hab ich ne Rüstung. Guck mal, meine Rüstung an. Hübsch. Unglaublich hübsch. Du bist fast tot, ne? Ja, ich weiß. Kannst dich schon mal dran gewöhnen. Juhu. Was ist das? Das ist das... Links sind... Oh, nee. Das sieht nicht so gut aus, ne. Äh. What the fuck? Achso, alter Jonas. Ich dachte eben, war... Hallo, ich hatte einen epischen Kampf gegen einen Ginseng. Ja, die sind gefährlich, die Viecher. Sehr sogar. Leckt es jetzt eigentlich immer noch, Jonas? Bisschen, aber weniger. Zu welchem wollen wir denn? Zum rechten oder zum linken? Zum rechten. Also eigentlich, was heißt zum rechten? Zu dem, auf dem wir eher zulaufen. Und danach den linken. Ich bin jetzt einfach mal... Also bei mir auf der Map laufen wir... Ja, okay. Bisschen scheiße, dass man das auf der Minimap nicht sieht. Ja, weil wir... Weil wir noch nicht nah dran sind. Lass mal noch diesen Hüpfer da platt machen. Der da läuft, der in den Blatt. Oder? Was kann der denn? Ja, der kann gar nichts. Der kann gar nichts. Ihr hittet den mal beide schnell an und dann bleidet... Bleidet, Alter. Ey, wo ist denn der hin? Der ist jetzt ins Wasser gehoppt. Komm mal raus. Geht der erstmal baden, oder was? Irgendso, einfach. Der kommt da nicht hoch. Ich weiß nicht. Peacock. Hör, du hast Cock gesagt.